Bhagavad-Gita, fünfter Gesang, der Pfad des selbstlosen Handelns, Karma-Sanyasa-Yoga, Vers 1, Arjuna sprach. Du sprichst von Werkentsagung bald, dann von selbstloser Tätigkeit. Darum, o Krishna, lehre mich, was besser sei zu jeder Zeit. Vers 2 Entsagung und selbstloses Tun, sie führen beide wohl zum Heil, doch wird vor dem Entsagenden, dem Tätigen, der Preis zuteil. Vers 3 Wer nicht begehrt und wer nicht hasst, übt wahrhaft die Entheilsamkeit, entrückt jedwedem Gegensatz, er von der Bindung sich befreit. Vers 4 Weisheit und Widmung trennen sich. Kein Weiser spricht so, nur ein Kind. Und folgt man einem Weg nur echt, man aller beider Frucht gewinnt. Fußnote 16 In diesem Kapitel bedeutet Yoga, Karma-Yoga, die Widmung der Werke. Sankhya ist das analytische Studium der materiellen Welt, die Wissenschaft der Unterscheidung und das Verständnis vom Zusammenhang aller einzelnen Elemente. Sankhya verzichtet auf die Werke und sein Ziel ist es, die geistige Grundlage, die Seele allen Seins zu finden. Das setzt Unterscheidungsvermögen und Entheilsamkeit voraus. Wer die Wurzel der Welt finden möchte, darf sich nicht ablenken lassen. Vers 5 Gleich stehen, wer der Widmung sich und wer der Weisheit sich befleißt. Wer nur ein Ziel in beiden sieht, o Freund, der sieht mit hellem Geist. Vers 6 Entsagung ohne Widmung schafft, o Mächtiger, nur neues Leid. Wer selbstlos handelnd nichts begehrt, zum Höchsten geht in kurzer Zeit. Vers 7 Vers 8 Ich handle nicht, der Jogi denkt, der fest in der Erkenntnis steht, obwohl er sieht, hört, fühlt und riecht, obwohl er isst, schläft, atmet, geht. Vers 9 Weiß er, ein Sinn wirkt in der Welt, auf das, was diesem Sinn entspricht, ob er nun annimmt oder gibt, die Augen öffnet oder nicht. Vers 10 Dem Höchsten widme jedes Werk und lösche des Verlangens Glut. Von Übel bleibst du unbefleckt, wie Lotusblätter von der Flut. Vers 11 Der Jogi nutzt Leib und Sinn, auch die Vernunft und den Verstand, allein zu seiner Läuterung, weil er die Selbstsucht längst verbannt. Vers 12 Wer andachtsvoll nach Lohn nicht strebt, der geht zum Höchsten Frieden ein. Wer andachtslos nach Früchten sucht, kann sich vom Karma nicht befreien. Vers 13 Wer innerlich entsagt, lebt froh in der neunturigen Leibesstadt. Nicht er ist Handelnder, nicht er, der Handlungen verursacht hat. Vers 14 Der Herr erschuf nicht Täterschaft, noch Werk, noch eines Werkes Lohn. Es stellt die eigene Natur, die Wesen stets in ihre Frohn. Vers 15 Auch nimmt der Alldurchdringende Schuld und Verdienst von keinem an. Torheit umhüllt des Wissens Licht und zieht die Welt in ihren Bann. Vers 16 Doch wem Erkenntnis wird zuteil, die ihn vom Irrtum ganz befreit, dem offenbart sie sonnengleich die ewige höchste Wirklichkeit. Vers 17 Sie kennend, ihr mit Herz und Sinn, ergeben, nur von ihr bewegt, erlangt er nimmer Wiederkehr, und seine Schuld ist weggefegt. Vers 18 In Priestern einfach und gelehrt, in Kühen Elefanten auch, in Hunden und Verworfenen sieht der Weise eines Geistes Hauch. Vers 19 Längst überwandten diese Welt, die alles nur mit Gleichmut sehen. Brahman ist rein und überall, das wissend im Brahman sie stehen. Vers 20 Es jubelt nicht und klagt auch nicht, ob Glück, ob Unglück ihn ereilt, wer unbeirrt die Wahrheit kennt, der immer da im Ewigen weilt. Vers 21 Wer nicht hängt an der Außenwelt, wer klug sich hält von ihr zurück, ins Alldurchdringende vertieft, genießt in sich ein endlos Glück. Vers 22 Denn der Genuss der Sinnenwelt, Arjuna, der gebiert den Schmerz. Was anfängt und zu Ende geht, erfreut niemals des weisen Herz. Vers 23 Wer noch, wenn er im Körper weilt, dem Ansturm widerstehen kann, der ihm aus Gier und Zorn entsteht, der ist ein wahrhaft froher Mann. Vers 24 Wer in sich findet Glück und Licht und innere Freude jederzeit, erkennt, dass er, Brahman, Natur, geht ein zur höchsten Wirklichkeit. Fußnote 17 Innerhalb des Buddhismus wird mit dem Begriff Nirvana der Zustand der Vollkommenheit bezeichnet. Nach seiner vierten Nachtwache erlangte Gautama Einsicht in die Kausalgesetze der vergänglichen Welt und konnte das Feuer des Begehrens, des Hasses und der Täuschung auslöschen. Wörtlich bedeutet Nirvana verlöschen, die Beruhigung aller geistigen Unruhe. Es ist der vollkommen ausgeglichene Geisteszustand, der von Dualität, von Gut und Böse usw. nicht berührt wird. Entsprechend der Gita beendet er die Materielle, jedoch nicht die individuelle Existenz. Gita 6.15 Der Mensch wird von Leiden, Tod, Wiedergeburt, d.h. von materiellen Bindungen, frei. Brahma-Nirvana bezieht sich auf die Erkenntnis, dass das Selbst seiner Natur nach zum Brahman gehört. Es bedeutet die Auflösung, das Auslöschen der Vorstellung von einer vermeintlich untrennbaren Einheit des Selbst mit seinen feinen und groben Hüllen. Es bedeutet nicht die Auflösung oder das Verlöschen der Persönlichkeit. Ein Zustand Wachenbewusstseins, positiv und dynamisch. An manchen Stellen der Gita erscheint die Erlösung auch unklar, als fände sie in einem undefinierten Raum der Ruhe innerhalb des absoluten, in Form vollkommenen Erlöschens statt. 5.12 Andere Stellen heben hervor, dass dieser vollendete Friede dauerhaft ist und die Wahrnehmungsfähigkeit des Atmen beinhaltet. 6.30 6.31 18.54 18.55 Durch Gnade erlangt der ewige Atmen 2.12 14.20 den höchsten Frieden 18.56 18.62 Brahma-Buddha bedeutet die qualitative Einheit mit dem Brahman, das Bewusstsein über das allumfassende, alldurchdringende, ewig Absolute. Unzerstörbare, materiell Formlose und die Erkenntnis der eigenen spirituellen Natur. Im Sinne der Shastras kann erst ab der Brahma-Buddha-Ebene im eigentlichen Wortsinn von Selbstverwirklichung die Rede sein. Boxenberger übersetzt Sa-Yogi Brahma-Nirvanam Brahma-Buddha-Digacca-Ti In dieser Strophe Im Geist vergnügt, entzückten Sins, von der Erkenntnis Glanz erhellt, verweht er in der Gottheit dort, hin nie denn schon mit Gott vermehlt. Glasenab so Wer in sich findet Glück und Licht Schon hier in diesem Lebenslauf In Wirklichkeit zum Brahma wird Der löst sich in das Brahma auf Vers 25 Erlösung im Brahman erreicht Wer jenseits aller Übel macht Von Zweifeln rein Bezähmten Sins Auf aller Wesen Wohl bedacht Vers 26 Geläutert von Begier und Zorn Enthaltsam mit beherrschtem Sinn Wird frei er von Geburt und Tod Zu unvergänglichem Gewinn Vers 27 Dem äußeren Sinneseindruck fern Zwischen die braun gewandt den Blick Den Atem durch der Nase speilt Bald vorwärts stoßend Bald zurück Vers 28 Wer Sinne, Herz, Vernunft beherrscht Von Gier, Furcht, Zorn Sich hat befreit Und nach der höchsten Freiheit sucht Ist wirklich frei für alle Zeit Vers 29 Wer weiß, dass ich der Herr der Welt Und Freund von allem, was da lebt Dem Opfer und Askese gilt Zum höchsten Frieden sich erhebt Zum höchsten Frieden sich erhebt Zum höchsten Frieden sich erhebt Petas Die